Morning in the morning und willkommen zu einem Trickvideo, ein kleines und zwar für dieses Event. Scheinbar ist es so, wenn man zweimal schnell hoch und zweimal schnell runter wieder macht, dass das Auto dann langsamer ist. Und das Ganze werden wir jetzt testen. Ich habe es schon zwei, dreimal getestet. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Auf jeden Fall ist es wieder ein sehr schöner Trick. Wir fangen direkt mal an und zweimal hoch, zweimal runter und dann müssen wir natürlich nochmal hoch. Und wie man sieht, er bremst jetzt jedes Mal so ein bisschen. Ah, das ist schon langsamer. Ich werde nachher einmal jetzt ohne machen. Dann seht ihr das auch. Guckt mal, wie langsam der jetzt fährt. Fährt sehr langsam. Also, ey, was soll das? Okay, ich werde mal weitermachen. Er fährt sehr langsam und trotzdem schabbe ich es halt nicht. Sehr gut, Ente. So. Ist halt wirklich, also ich finde dieses Event super schlimm. Ah, ich mag es halt überhaupt nicht. Ich muss mich hier übelst konzentrieren, damit ich es überhaupt schaffe. Oh, da war diese... Der Busch! Ich finde, man sieht den so gut wie gar nicht. Ich bin jetzt durch Zufall. So. Es fährt auf jeden Fall langsamer. Und jetzt machen wir das Ganze mal ohne. Dann schaffe ich es nämlich gar nicht. Also, wahrscheinlich werde ich es jetzt nicht schaffen. Aber ihr seht, dass es dann schneller ist. Also, wir waren gerade wirklich ganz gechillt. Und seht ihr, er fährt schneller. Der bremst zwar auch ab und zu ab, aber die Geraden fährt er schneller. Seht ihr? Guck mal. Richtig, richtiger Speedicon Zales wird er manchmal. Und das habt ihr nicht, wenn ihr zweimal hoch, zweimal runter direkt am Anfang macht. Muss man aber schnell machen. Wow, guckt mal, wie schnell der wird. Viel zu schnell für mich. Aber vielleicht schaffe ich es ja trotzdem. Auf jeden Fall habt ihr eine größere Chance, wenn ihr diesen Trick benutzt. Oh, oh, boah, oh, ey, oh. Okay, ey, ich glaube, ich schaffe es aber trotzdem. Könnte sein. Ja. Hey, ich habe es geschafft. Yeah. Okay, sehr cool. Ich habe es echt geschafft. Oh mein Gott. Das freut mich. Das freut mich. Und wir holen direkt eine Belohnung ab. Was haben wir als nächstes? Also erstmal hier. Ne, die Belohnungen, die hole ich nicht ab. Lass ich mal wieder. Und ich gucke jetzt aber. Schaffe Level Event. Abenteuer. Ja gut, das kann man schaffen ohne Probleme. Ich bin raus, benutze diesen Trick. Der ist gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.